An dieser Stelle der Hinweis, die nachfolgenden Vorträge verschieben sich um 20 Minuten, wegen Keynote. Ich erzähle euch heute etwas über Applied Crypto Hardening. Das ist also der Track für die Systemadministration, den es früher auf der WWDC auch mal gab. Über Datenschutz und Privatsphäre haben wir bei den letzten Makuns schon allerhand gehört. Seinerzeit 2011 von Klaus Rodewick, sicher nach iOS. Dann 2012 von mir, Torwächter und Schlüsselmeister. 2013 dann Alex von Belot und ein böser Angreifer über NSURL Connection. Und auch heuer gibt es einiges nach dem Mittagessen, 15 Uhr, nicht vergessen. Der Thomas über Datenschutz in Apps. Und der Klaus auch wieder heuer, sicher ganz einfach, am Sonntag um 11 Uhr frühmorgens. Also wir sehen, Datenschutz wird immer wichtiger. Auch Apple hat letztens, also Tim Cook persönlich, in einem Interview gesagt, dass ihnen das wichtig ist und dass sie da noch mehr tun wollen und gerade mit HealthKit sehr, sehr genau darauf achten werden, wie die Leute und die Firmen mit Daten umgehen. Datenschutz an sich ist ein bisschen ein problematischer Begriff. Weil es geht ja eigentlich nicht genau darum, die Daten zu schützen, sondern darum, die Personen vor dem Missbrauch ihrer Daten zu schützen. Ich habe aber auch noch keinen besseren Begriff gefunden. Und einer der Wege, wie man die Personen vor dem Missbrauch ihrer Daten schützen kann, ist eben, indem man wirklich versucht, den Zugriff von Drittpersonen auf ihre Daten zu verhindern. Das betrifft sowohl gespeicherte Daten, also Data at Rest, irgendwie Sachen, die auf dem Gerät abgelegt sind und dort persistiert werden, aber auch Daten in Bewegung, Data in Transit. Weil wenn die Daten auf dem Gerät drauf sind, irgendwie müssen sie dort hingekommen sein. Sprich, entweder hat die Benutzerin diese Daten eingegeben oder sie sind über irgendein Netzwerk auf dieses Gerät gekommen. Also WLAN, Ethernet, Bluetooth, alles mögliche, GSM, völlig egal. Der Sportteil. Wer von euch hat denn eine App, das Daten überträgt über so ein Netzwerk? oder Hardware, so Home Automation, medizinisches Zeug, Payment? Lass die hier oben. Aha, ich sehe schon, mehrere Leute haben mehr als eine Hand. Das ist gut, okay. Wer von euch verwendet da so APIs, eigene oder fremde, um mit irgendeinem API-Server zu reden, Webseiten darzustellen? Okay, ich bin im richtigen Saal. Wer verwendet dafür ausschließlich verschlüsselte Verbindungen und weiß das auch ganz sicher? So. Das ist der Grund, wo ich depressiv werde. Okay, fragen wir andersrum. Also auch für linkshändige Personen geeignet natürlich. Wie schaut es denn mit eurer eigenen Infrastruktur aus? Eure eigenen Web-Server, wo ihr eure Firma anpreist, eure Produkte, euer eigener Mail-Server. Ist das alles verschlüsselt? So HTTPS und PLS und so. Das ist auch sicher. Hat jemand eure Webseite besucht mit einem User-Agent? Okay, bei wem ist gar nichts verschlüsselt? Weiß nicht ist auch eine gültige Option? Okay. Wer ist für Hab-Angst? Okay, noch lacht ihr. Ja, also man darf das nicht übersehen. Da gibt es relativ viel. Man hat ein Support-Forum, man hat seinen Bug-Tracker. Beim Support-Forum ein schönes Beispiel dafür, wo man solche Dinge leicht übersehen kann. Ein beliebtes App, wo ich mir nur ein Passwort merken muss, um damit andere Passwörter speichern zu können. Kreditkartendaten, Zugangsdaten, sichere Notizen und solche Sachen. Die hatten praktischerweise ihr Support-Forum rein auf HTTP laufen und haben damit alle Passwörter der UserInnen im Klartext übertragen. Hat dann ungefähr zwei Monate Prügelei gebraucht, bis sie das gefixt haben. Inzwischen ist es HTTPS, wenn auch nur sehr schlecht ist. Warum werdet ihr in diesem Talk erfahren? Sie haben noch immer keinen Passwort-Reset erzwungen. Und dass ein Passwort-Manager Passwörter liegt, ist irgendwie, ja, das war das mit der Ironie. Gut, positiveres, Stundenwiederholung. Wenn wir Daten verschlüsselt übertragen, Gründe haben wir ja hoffentlich genug inzwischen, verwenden wir also Kryptografie, Verschlüsselung. Was sind denn die Ziele davon? Von Verschlüsselung. Was habe ich als Benutzerin davon? Was habe ich als Entwicklerin davon, wenn ich das mache? Vier Ziele. Erstens, die Vertraulichkeit. Im Englischen, sehr schön, Confidentiality, manchmal auch Privacy genannt. Nur die beteiligten Parteien an der Kommunikation, die auch wirklich daran beteiligt sein sollen, können die Nachrichten lesen. Niemand anderer. Wenn da so zum Beispiel versehentlich eine Nachricht vorbeikommt, kann ich sie anschauen, aber ich fange nicht viel damit an. Der Bedarf an verschlüsselter Kommunikation ist schon sehr alt. Über 2700 Jahre kann man quasi zeigen, dass Leute versucht haben, Nachrichten quasi beim Transport zu schützen vor anderen, die neugierig sind. Und auch, ganz wichtig, Kryptografie schützt eure Kommunikation nicht auf ewig. Jede Kryptografie kann gebrochen werden, rein mathematisch, bis auf One-Time-Pads. Mit denen fangen wir sonst nicht viel an. Das heißt, das Ziel ist es, die Kommunikation so lange zu schützen, bis jemand, der sie in die Finger kriegt, für die das nicht gedacht war, einfach nichts mehr damit anfängt. Darf man nicht vergessen. Das zweite Ziel, die Integrität. Wenn da eine Nachricht übertragen wird und ich die bekomme, dann kann ich quasi beweisen, diese Nachricht ist unterwegs nicht verändert worden. Da hat niemand dazu geschrieben, gesendet mit einem tollen Webmail an das E-Mail drangehängt oder noch sonstige Sachen damit getrieben, den Preis auf der Rechnung ausgebessert. Kommt darauf an, in welche Richtung, ob das okay ist oder nicht. Was ich aber auf jeden Fall feststellen kann, ist, wenn eine Nachricht manipuliert wurde, dass sie manipuliert wurde. Ich kann nicht genau sagen, was genau verändert wurde unter Umständen, aber ich weiß, die ist jetzt nicht so bei mir angekommen, wie sie weggeschickt wurde und damit kann ich sagen, dieser Nachricht vertraue ich nicht mehr. Ganz eine wichtige Sache. Das dritte Ziel, die Authentizität. Die Nachricht, die Daten, die ich bekommen habe, kommen wirklich von der Person oder von dem Server, von dem ich auch annehme, dass sie kommen. Und nicht von irgendwem anderen, der vorgibt, ich bin jetzt dieser Server und ich tue jetzt mal so. Ist jetzt auch nicht unpraktisch. Und das vierte Ziel, die sogenannte Nichtabstreitbarkeit, zur englischen Non-Repudiation. Ich kann mich darauf verlassen, wenn ich eine Nachricht bekommen habe, die war signiert und die Integrität ist gewahrt und die Authentizität ist gewahrt, dass die Person, die das gesendet hat oder der Server, der das gesendet hat, nachher nicht sagen kann, nein, war ich doch nicht und eigentlich habe ich das ganz anderes geschrieben, sondern ich kann mich verlassen. Das ist wirklich so passiert und die andere Partei kann jetzt nicht sagen, nein, war nicht so. Ist jetzt bei Verträgen, Rechtsgeschäften, medizinischen Attesten und solchen Sachen auch nicht unpraktisch. Klingt böse, haben aber trotzdem Vorteile davon. Ein bisschen Geschichte zur Kryptografie und zur Transport Layer Security, um die es ja heute konkret gehen soll. Also es war eine finstere und stürmische Nacht und die Geschichte von TLS und SSL ist eine Geschichte voller Missverständnisse natürlich, so wie viele andere auch. Es begann 1994 bei Netscape. Kennt das noch wer? Ah, da wissen wir jetzt, welche Leute wirklich alt sind. SSLV1, Secure Socket Layer Version 1, ist nie veröffentlicht worden. Also wir haben hier einen Zeitstrahl quasi, der am absoluten Nullpunkt beginnt und wir sind jetzt da irgendwo da drüben. Damit ihr wisst, so 1994, wann war das? In den deutschen Charts war damals Mariah Carey mit Without You der Jahreshit, also als Gefühl. SSLV1, wie gesagt, war rein intern. SSLV2 ist dann 1995 vorgestellt worden und als IETF-Draft eingereicht worden. War eher schlecht designt. Der Kipikman hat da halt mal probiert, was geht. War innerhalb kürzester Zeit fundamental gebrochen und es gibt haufenweise Angriffe dagegen. War zum Beispiel nicht sicher gegen man in den Mittelangriffe oder Monster in den Mittel, wie wir bei Alex gelernt haben letztes Jahr. 1996 von Paul Kocher und Phil Carlton und Alan Freyer. SSLV3, tolles Upgrade, komplettes Neudesign von Grund auf. Ein gewisser Herr Elgamal, hat man vielleicht schon mal gehört für die Leute, die PGP verwenden, war quasi der Chief Scientist, damals immer noch bei Netscape und hat das ins Leben gerufen. Er geht quasi als der Erfinder von SSL, so wie wir es heute kennen. 1999 wurde das dann in TLS umbenannt, also von Secure Socket Layer auf TLS, Transport Layer Security, umbenannt, neu versioniert. Man hat bei 1.0 wieder zum Zählen angefangen. Hat eigentlich zu SSLV3 nicht wirklich viele Unterschiede, aber genug Unterschiede, dass es nicht mehr miteinander funktioniert. Es gibt allerhand schöne Downgrade-Attacks. Wenn ich eine TLS 1.0-Verbindung habe, kann ich sie auf SSL 3.0 runtergraden und wenn der Server SSL V2 spricht, dann kann ich sie auf SSL V2 runtergraden und dann huste ich einmal und dann bin ich bei Plaintext. Dann ist die ganze Krypto weg. Eine wichtige Neuerung in TLS 1.0 ist das sogenannte SNI, Server Name Indication. Ihr kennt das von früher. Ich kann auf einer IP-Adresse mit HTTP mehrere Webhosts verwenden. Mit SSL und so geht das nicht. Seit TLS 1.0 geht das schon, weil der Client beim Verbindungsaufbau schon beim TLS-Handschick, das vor dem ersten HTTP-Request kommt, den Servernamen mitschicken kann. Damit liefert der Server automatisch auch das richtige Zertifikat aus und verwendet die richtigen Keys und damit habe ich keine Probleme. Mit IPv6 hätten wir ja genug IP-Adressen, um das auch wieder zu trennen. Das wäre ja recht schön. Aber nachdem die Welt immer noch auf Legacy-IP spielt, in großen Teilen, ist es ganz praktisch, dass wir das können. Das nächste Update gab es 2006. TLS 1.1. Dazwischen waren allerhand lustige Angriffe wie Beast Crime, Lucky 13. Haben alle ganz tolle Namen. Das noch tollere darin ist, all diese Bezeichnungen sind fürchterliche Akronyme. Und ich muss immer nachschauen, was sie bedeuten, ist jetzt auch relativ egal. Mit TLS 1.1 wurde viel von diesen Problemen behoben. Leider hat sich niemand darum gekümmert, TLS 1.1 auch wirklich auszurollen und irgendwo zu implementieren und aufs Server zu bringen. Aber prinzipiell, damit wurde die kryptografische Sicherheit von dem Protokoll deutlich verbessert. Und wirklich cool war es dann mit TLS 1.2 von 2008. Ist jetzt also auch nicht mehr ganz neu. Und da hat man dann ganz neue kryptografische Algorithmen hineingebracht. Moderne Cypher-Suites, moderne Modi für die Verschlüsselung. Also GCM, Galois-Counter-Mode, CCM, Counter-Mode mit CBC-MAC und solche Sachen sind eingeführt worden. Also ganz tolle, moderne Kryptosachen. Und das einzige Protokoll, von dem es eigentlich als momentan wirklich sicher gilt, ist TLS 1.2. Für alles andere gibt es Attacken, die irgendwie funktionieren. Jetzt kriegt ihr auch langsam Angst, das finde ich gut. Muss ich nicht alleine hier stehen mit Panik. Also, schöner Überblick. Die Ampel sollte eigentlich relativ gut helfen. Es ist LV2 ganz unten, uralt, tiefrot als Warnung. Wollen wir nicht verwenden, durchgestrichen, getötet. War 1995. In Deutschland war damals Vangelis mit Conquest of Paradise, so 1492, so ein Film in den Charts. In Österreich, also man sieht, kann man mögen die Musik, kann man nicht mögen. In Österreich ist ganz klar, mag man nicht. Das war Rednecks mit Wish You Were Here. Also, wir sehen schon an der Musik, geht gar nicht. SSLV3, auch rot, sollte man auch nicht wirklich machen mehr. Da waren sich Deutschland und Österreich auch nicht ganz einig. Es tut mir leid, dass ich die anderen Länder nicht mehr recherchieren konnte. Dass die VPN-Verbindung in meinem WLAN im Hotel hat, irgendwie nicht so funktioniert. In Österreich, Lost Del Rio mit Ema Carina. Und Fugees mit Killing Me Softly in Deutschland. Behaltet das im Kopf, jedes Mal, wenn ihr SSLV3 konfiguriert. Vielleicht gewöhnt man sich das ja ab. TLS 1.0, 1999, also das Ding ist 15 Jahre jung. Immerhin schon. Lou Beger mit Mambo No. 5. Auch hinreichend fragwürdig, würde ich mal sagen. Außer wenn man tanzt. Salsa. Wollen wir auch nicht wirklich. 2006, TLS 1.1. Nars Barkley mit Crazy. Bob Sinclair. Presents Galeo. Gary. Ich habe keine Ahnung. Love Generation war das. Und eben TLS 1.2. 2008. Das ist das, was wir verwenden wollen. Das ist das, was alle verwenden sollten. Ganz wichtig. Und das ist gar nicht so schwer. Das war Kid Rock mit All Summer Long. Und Timberland Presents One Republic mit Apologize. Also entschuldigt euch, wenn ihr das noch nicht implementiert habt. Jetzt ist natürlich interessant, womit kann ich das überhaupt verwenden. Weil 2008, das ist ja ein paar Jahre her. Macht das überhaupt schon wer? Unterstützt Software das? Und Leute, die glauben, TLS 1.2 wird noch nicht unterstützt. Die glauben auch, dass es für den Macintosh keine Software gibt und der zu nichts kompatibel ist. Also, wie schaut das aus? Von 10.6 bis 10.8. Ich nenne es mal das finstlere Mittealter. 10.6, das war Lady Gaga mit Pokerface damals, wie das rausgekommen ist. Da ist SSL V3 und TLS 1.0 unterstützt. Also das ist so gerade noch. Das Blöde ist, das zieht sich rauf bis 10.8. Wirklich bequemer wird das Ganze dann mit 10.9. Ab da können wir auch TLS 1.2. Das finde ich gut. Und was ganz toll ist, SSL V2 sprechen diese Betriebssysteme nicht mehr. Also auch wenn der Server das will, euer System sagt dann so, ja, hab mich gern. Macht mir doch IOS hier. Gelegentlich. Ein, zwei, ja okay. Ihr seid gut dran, ihr habt nämlich überhaupt keine Ausreden mehr. IOS kann das seit 5.0. Also sogar wenn ihr ein iPad 1 unterstützen müsst noch. Aus welchen obskuren Gründen auch immer. Ihr könnt alles mit TLS 1.2 fahren. Sprich, wenn ihr einen API Endpunkt macht bei euch, wo eure Applikation damit reden soll. Ihr könnt den Webserver so einstellen, dass der TLS 1.2 spricht und sonst gar nichts mehr. Einfach gar nichts Älteres mehr unterstützt. Weil wozu sich unsichere Protokolle eintreten, wenn ich genau weiß, meine Clients können es eh. Bei der normalen Webseite schaut das ein bisschen anders aus. Da will ich vielleicht auch noch, dass jemand mit 10.7 oder 10.8 drauf kann. Aber beim API weiß ich genau, welche Clients daherkommen. Und da werden wir das sicher doch so machen. Schönes Beispiel dafür ist theinternetonfire.com. Was fällt uns auf? Wer kennt die Webseite? Okay, jetzt kennt ihr sie. Die sagt, yep. Begründet das dann auch wunderschön mit Shell-Shocker wäre da jetzt ja gerade aktuell. Und Firefox und Chrome akzeptieren falsche gefälschte Zertifikate mit einem Bug in NSS. JQuery ist kompromittiert worden, falls noch irgendwer etwas mit Webseiten macht. Was haben wir denn sonst noch? Ja, Amazon rebootet große Teile von EC2, warum auch immer. Das Problem dabei ist, ich kann mich ja nicht darauf verlassen, dass das Internet brennt. Weil die Webseite verwendet nur HTTP und ein Monster in der Mitte hätte da jetzt auch eine Blümchenwiese hinmalen können und sagen, hier gibt es nichts zu sehen. Alles schön. Die Lösung dafür ist, wir gehen mal prinzipiell davon aus, dass das Internet brennt, aber is it Christmas? Haben wir Weihnachten? Man sieht schon, ganz charmig, HTTPS. Und wenn man die Webseite anschaut, das ist das Slide, was letzte Nacht schon geleakt wurde, da steht drauf, nö, heute ist nicht Weihnachten. Und ja, ich kann mich darauf verlassen, dass heute nicht Weihnachten ist, denn diese Webseite verwendet HTTPS. Ich habe Integrität, also sprich, die Nachricht wurde nicht manipuliert unterwegs. Ich habe Vertraulichkeit, niemand anderer hat mitlesen können, dass ich jetzt nachgeschaut habe, ob Weihnachten ist. Ich habe Authentizität. Is it Christmas.com ist zweifelsohne die einzige Autorität, ob Weihnachten ist oder nicht. Und die können auch nicht abstreiten, wenn Weihnachten ist und die Nein sagen, dass sie mich nicht falsch informiert hätten. Da komme ich noch dazu auf die Seite später. Voraussetzungen, was brauchen wir, um TLS umzusetzen? Ich sage jetzt auch gar nicht mehr SSL, ganz bewusst, TLS, Transport Layer Security. Was brauchen wir dafür? Üblicherweise ein RSA-Schlüsselpärchen. Der dezente Hinweis, 4096 Bit, das ist so in der Gegend der aktuellen Empfehlungen für neue Installationen. 3072 Bit kann man machen. 2048 ist so das absolute untere Minimum. Darunter sollte man es nicht machen. Und ganz wichtig, Schlüssel immer selber generieren. Nicht irgendwen anderen Schlüssel generieren lassen. Das Wichtigste bei Public Key Kryptographie ist, dass mein Private Key von dem Pärchen auch private bleibt. Und wenn jemand anderer die für mich generiert, dann sind sie schon quasi nicht mehr privat, bevor ich sie selber gesehen habe. Wollen wir also nicht haben. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Zertifikat. Das Zertifikat wird üblicherweise von einem Snake Oil, also von einer Certificate Authority, von einer Zertifizierungsstelle signiert und unterschrieben. Sollte da heutzutage Scha 256 als Signaturalgorithmus verwenden oder etwas Besseres. Wer noch Zertifikate mit Scha 1 von seiner CA angedreht bekommen möchte, der möchte bitte eine andere CA mit Geld bewerfen. Es gibt auch kostenlose Zertifikate, also die fangen bei 0 Euro an. Für Open-Source-Projekte gibt es bei GlobalSign kostenlose Zertifikate für die Projektseiten. Das finde ich sehr cool. StartSSL macht das ähnlich. Solange es nicht zu auffällig kommerziell ist, kriege ich bei StartSSL auch kostenlose Zertifikate oder auch generell sehr günstige Zertifikate. Also da muss man nicht sehr viel Geld ausgeben. Was braucht man sonst noch für TLS? Ein Server wäre ganz praktisch. Das kann ein Web-Server sein. Zum Beispiel Apache 2.2, 2.4, Nginx 1.6, 1.7. Gilt aber natürlich genauso für Mail-Server, XMPP, Chat, Java oder beliebige andere Services, die ihr anbieten wollt. Was braucht man noch? Ein bisschen Konfiguration. Da liegt wie immer der Hund im Detail begraben. Wir bleiben jetzt mal der einfache Teil beim Web-Server. Was bauen wir dafür? Cypher-Suites. Cypher-Suites, das sind diese lustigen Dinge, die der Krypto-Bibliothek, also OpenSSL oder Gnu-TLS und so weiter, sagen, wie denn das mit dem Key-Exchange funktioniert. Also wie verhandeln die beiden Kommunikationspartner die Verschlüsselung aus? Wie wird das authentifiziert, dass ich auch mit dem richtigen Gegenüber spreche? Welche Verschlüsselung kommt zum Schluss zum Einsatz? Und wie beweisen wir, dass die Nachrichten richtig signiert werden? Also Message Authentication. Das sind dann diese praktischen kleinen Textkonstrukte. Der Unterschied zwischen den beiden ist genau gar keiner. Es ist das Gleiche. Das Schöne ist, oben haben wir die Spezifikation, wie sie von der IANA, also von der, ach Gott, ein Akronym, das ich mir nicht gemerkt habe, Internet Assigned Numbers Authority genannt das war es. Und darunter ist das, wie es OpenSSL gerne haben mag in der Konfiguration. Gnu-TLS ist nochmal anders. NSS hat auch so seine Absonderlichkeiten. Wenn man so jetzt OpenSSL fragt, was es denn so alles kann an Krypto, dann kommt ungefähr das raus. Ich prüfe das dann morgen ab. Und ja, das ist der Teil mit, ich habe Angst, wie wähle ich jetzt da die richtigen Dinge aus, dass das auch sicher bleibt. Mein eigener Webserver verwendet ungefähr das. Ob euch das was hilft, ich habe keine Ahnung. Aber man sieht, wenn man das ein bisschen eindampft, dann kann man damit schon umgehen. Wichtig ist, die Reihenfolge, wie ich diese Sachen verwende, ist essentiell. Wenn ich sie umsortiere, kann ich mir damit schöne Sicherheitslücken eintreten. Und ich muss auch meinem Webserver sagen, dass er gefälligst diese Reihenfolge einzuhalten hat. Sonst kommt nämlich der Client und denkt, ich nehme mal das. Und das ist nicht unbedingt das, was ihr haben wollt eigentlich. Das heißt, ein bisschen Selbstvertrauen und sagen, hey, mein Server weiß, was gut ist für euch. Das nehmen wir. Und haltet eure Software aktuell. Sowohl die Serversoftware, als auch eure Kryptobibliotheken ist ganz wichtig. Haltet auch eure Shells aktuell, ist auch ganz wichtig. Im Internet wird einfach alles exploitet, was nicht nid- und nagelfest war. Ich habe bereits am Freitag die ersten Scans und Exploitversuche mit dem Shellshocker auf meinem Webserver gefunden und ein paar Leute, die gescannt haben, um quasi zu schauen, wie schaut es denn aus im Internet. Also nicht alle diese Scanversuche waren wirklich freundlich gesinnt. Deswegen haltet euer Klumpad aktuell. Wie kriege ich das jetzt in den Griff? Wie weiß ich, wie schlimm schaut es eigentlich mit meiner Infrastruktur aus? Testen hat jemand erfunden. Das heißt, wenn ich teste, dann kann ich feststellen, heißt das wirklich HTTP secure oder stinkt schon ein bisschen? Man kann viel falsch machen. Deswegen testen, nochmal testen, nochmal testen, nochmal testen. Man sagt ja, Sicherheit ist ein Prozess. Deswegen ist es auch ein iterativer Prozess. Immer wieder testen. Wenn man jetzt einen Webserver testen will, gibt es eine schöne Webseite. Ihr braucht das nicht abfotografieren. Es kommt nachher ein Slide, wo das alles auf einmal steht. Müsst ihr nur einmal scharf stellen. SSLLabs.com, ganz tolle Webseite. Da habe ich ein Formular. Da paste ich einfach die Adresse von der Webseite, die ich testen will, hinein. Oder auch von meinem API-Server und so weiter. Sag, submit. Geh doch am Telefon, also in zwei Minuten. Wir wissen alle, warum das WLAN bis dorthin reicht. Also bis aufs WC. Und dann habe ich mal einen Bericht. Wenn man da mal Kuhn eingibt, kriege ich ein A-. Also das ist so die Executive Summary fürs Management. Die brauchen da technisch nicht viel verstehen. A- ist jetzt mal nicht so tragisch. Ich habe dann schön aufgeschlüsselt, wie gut ist mein Zertifikat, wie gut ist meine Unterstützung für die SSL- und TLS-Protokolle, Key-Exchange, was für Verfahren unterstütze ich dann, wie gut sind sie und Cypher-Strength, wie gut ist wirklich meine Verschlüsselung, die übrig bleibt. Und da gibt es dann noch so ein paar Hinweise mit das Zertifikat verwendet noch SHA-1 und nicht SHA-256. Also beim nächsten Mal neues Zertifikat updaten, sollte man das bedenken. Und wir unterstützen hier keine besonders gute Forward-Secrecy. Und hier der schöne Hinweis, funktioniert nur mit Browsern, die SNI unterstützen. Also Server Name Indication. Server Name Indication, SNI, mit TLS 1.0 eingeführt, zur Erinnerung nochmal. Das heißt, ältere Protokolle gehen da gar nicht mehr. Der Bericht ist so fünf Seiten lang ungefähr. Da gibt es dann wunderschön, ich sehe schon, TLS 1.2 von der Macoon wird unterstützt. Danke dafür, finden wir super. SSL-V3 wird auch noch unterstützt, kann mit dem Setup aber gar nicht funktionieren, weil ja SNI vorausgesetzt wird, dass aber erst in TLS 1.0 drinnen ist. Das heißt, da haben wir schon das erste Ding gefunden mit, da kann ich was abdrehen, was ich gar nicht mehr brauche. Das geht dann auch noch weiter. Hier sehen wir auch die Suites in Preferred Order, also in der Reihenfolge, in der sie auch angegeben werden, werden dort verwendet. Und da gibt es noch viele, viele weitere Details. Es gibt dann die sogenannte Handshake-Simulation. Da wird euch gesagt, wie denn welcher Browser so ungefähr wahrscheinlich mit eurer Webseite verbinden wird. Und da gibt es auch immer schön dabei, FS für Forward Secrecy, da komme ich noch dazu. Forward Secrecy ist auf jeden Fall eine Eigenschaft von Kryptografie, die wir haben wollen. Und da unten gibt es noch ganz viele Details, die sind dann auch für die Performance wichtig, weil HTTPS und diese Sachen sind nicht langsam, sie sind nur falsch konfiguriert, in den meisten Fällen. Was haben wir noch? Auch Leute, die normalerweise wissen sollten, wie man sowas richtig konfiguriert, machen Fehler. Das passiert. Hätten sie getestet, wäre ihnen das wahrscheinlich nicht passiert. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, okay, die werden ihrem Anwendungsfall, dass alle transparente Kommunikation von ihnen verwendet werden soll, gerecht und machen ihre eigene Kommunikation auch transparent. Geht es schlimmer als ein C? Englisches Schulnotensystem geht bis F. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ideen? Also ich hebe es da mal hervor. No Secure Protocols Supported. Die unterstützen kein HTTPS. Das ist das Allerschlimmste. Das ist schlimmer als schlechte Krypto. Ist gar keine Krypto. Würdet ihr dort Source-Code runterladen wollen? Ja. Der Test ist echt. Nein, ich meine auch, gar keine Source-Code ist besser als schlechte Krypto. Nein, weil gar keine Source-Code ist. Ich bin mir bewusst, dass keine Krypto ist. Das ist schlechte Krypto. Respektive, wenn ich das bei meinem eigenen Backup habe und ich weiß, ich habe keine Verschlüsselung, dann weiß ich, ich darf bestimmte Daten nicht drüber schicken. Das ist richtig. Das ist besser als wenn ich denke, ich habe ein SSL und das wird schon funktionieren, dann kann ich alles rüber schicken und dann wird noch abgegriffen. Das ist natürlich richtig. Wie gesagt, die meisten Leute schauen halt nicht, was in ihrem Browser steht und da fangen die Probleme auch an. Also das Schlimmste ist eigentlich gar nicht und den Fall mit, es ist schlecht, klammern wir aus, weil wir testen ja. Ja, wir haben ja jetzt schon gesehen, wie das geht. Das bringt mich zurück zu Is It Christmas? Also wir können davon ausgehen, es ist immer noch nicht Weihnachten, aber auch das kann man natürlich testen. Und Is It Christmas bekommt wirklich eine ganz tolle Wertung. Das ist nicht ganz aktuell der Test, aber die kriegen da so ein richtig schönes A plus mit Sternchen. Damit Forward Secrecy und ganz, ganz schön wollen wir also haben. Das ist besser als die Europäische Zentralbank. Glaubt ihr mir jetzt nicht, oder? Man sollte davon ausgehen, Banken, die wissen, was sie tun. Meine Erfahrung mit Banken sagt manchmal, das ist der Test der Europäischen Zentralbank. Könnt ihr nachschauen, da, eczb.europa.eu, unter der Domäne gibt es allerhand solche Sachen, die so nicht so gut sind. Und hier steht auch ganz genau warum, die verwenden noch SSLV2. Also die kann man runtergraden bis auf Plaintext. Das wollen wir nicht haben. Braucht keine Fotos machen, ihr könnt das selber testen. Braucht ihr nur dort eingeben. Und da sieht man auch dann sehr schön, der Test macht die ganz schlimmen Dinge knallrot. Also das kann man auch nicht mehr leicht übersehen, warum das nicht geht. So, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, stelle ich fest. Ungefähr 30% aller Webseiten, die HTTPS verwenden, sind auch wirklich sicher konfiguriert. Und das sind nur die, die wir getestet haben. Die, die testen, sind eh schon besser. Also die Dunkelziffer sieht zappenduster aus. Fix das. Das ist ein Sample von ungefähr 150.000 Webseiten. Forward Secrecy. Ganz eine wichtige Eigenschaft. Wenn jemand verschlüsselten Traffic aufzeichnet, so Massenüberwachung zum Beispiel im Internet, und einfach mal alles recordet, und nachher von irgendwem die Schlüssel erpresst, also die Private Keys erpresst, wenn ihr Forward Secrecy als Eigenschaft eurer Konfiguration habt, dann ist der Traffic nachher trotzdem nicht entschlüsselbar. Das heißt, das ist eine Eigenschaft, die ihr überall haben wollt. Beim Mailverkehr, beim Websurfen, überall wollt ihr das haben. Cyphers, die Forward Secrecy unterstützen, erkennt ihr daran. DHE oder EC-DHE, unten die Elliptic Curve-Version. Also auf jeden Fall eine wünschenswerte Eigenschaft. Was sollte man vermeiden? RC4, Revious Cypher 4, noch ein paar andere Sachen. Das auf keinen Fall mehr. Das wird auch im SSL-Test quasi angeschwärzt schon. Was haben wir noch? E-Mail. E-Mail ist nicht tot zu kriegen. Es ist wirklich schrecklich. Auch dafür gibt es eine schöne Testseite. So als Überblick, wenn man jetzt keine Transport Security per E-Mail hat. Alles, was da rot ist, da kann ich E-Mails abgreifen und kopieren und mitlesen. Das Gmail-Logo ist auch rot. Zufall. Also irgendwas müssen wir da tun. Die Pfeile sind quasi da, wo transportiert wird. Ich gebe wieder da die Domain ein oder gleich die ganze Mailadresse. Also alles nach dem Klammeraffen wird dann verwendet. Ich kriege dann wieder einen Testbericht. Das sieht irgendwie recht artverwandt aus mit dem, den wir schon kennengelernt haben. Im Akun bekommt er ein B, weil das Zertifikat ist jetzt für den Mail-Server nicht gültig in irgendeiner Form. Das passt da nicht zusammen. Das ist jetzt im Mail-Verkehr ein bisschen anders als beim Webbrowser. Es ist unüblich, bei Mail-Servern die Zertifikate so zu überprüfen, wie ein Webbrowser das macht. Dafür gibt es andere tolle Akronyme, so SPF und DKIM und DMARC und DAIN, die dann andere Sachen machen, um das wirklich sicherzustellen. Wenn man sich das dann anschaut mit so einem guten Test, müsst ihr es nicht lesen können, aber da ist alles grün. Die haben wirklich bis TLS 1.2 hinauf ein gültiges Zertifikat, super Verschlüsselung und so weiter. Das ist übermorgen.com. Das ist keine Firma, die High-Security-Sachen macht. Das ist Netzkunst. Also wenn die Leute, die Kunst machen, so einen guten Setup hinkriegen, schaut es euch mal euren eigenen an. Wie schneidet der ab? Ist das auch ein Kunstwerk oder kann das weg? Ja und weil es so schön ist, also auch den Profis passiert das. Wer es nicht lesen kann, da oben steht bnd.bund.de. Ich sehe das auch wieder als Teil der Transparenz-Offensive, dass sie unauthentifizierte Verschlüsselung erlauben und Verschlüsselung mit Null-Bit. Also ist ganz sicher Voll-Bit-Verschlüsselung, bin ich ganz sicher. Wenn wir also die Transport-Layer-Security ordentlich machen, dann kriegen wir hier diese Pfeilchen alle grün. Den Mail-Servern müsst ihr immer noch vertrauen, wenn ihr davon einen selber betreibt, wie zum Beispiel, sagen wir mal den hier, dann sieht das schon besser aus. Wenn wir das alle machen, dann wird der ganze Weg grün. Das ist eigentlich das, was wir haben wollen. So statistisch, 38% aller Mail-Server unterstützen Start-TLS, also Transportverschlüsselung für E-Mails in brauchbarer Version. Der Rest irgendwo zwischen gar nicht und oh je. Gebt doch einfach mal auf dem Test eure eigene Domain ein und schaut, wie gut das ist. Wenn da irgendwie was nicht so toll ist, wisst ihr, wen ihr fragen könnt. Systemadministration, bitte, ich weiß was. Oder sagst du es auch dem Management? Die fangen da beide was damit an. Chatten. XMPP, beziehungsweise Jabba, ist ja das inzwischen weitest verbreitete Chat-Protokoll. Facebook verwendet es, Google Talk verwendet es, WhatsApp verwendet es, iMessage verwendet es im Hintergrund, Apple Push-Notifications laufen darüber. Auch der Messages-Server, der iChat-Server von Apple läuft da drüber. Dafür gibt es auch wieder einen schönen Test. Er erkennt das Schema langsam, deswegen brauche ich da jetzt nicht mehr so viel drauf eingehen. Auch da gibt es oben die kurze Zusammenfassung, wie schlimm ist es und unten die ganz, ganz vielen schönen technischen Details. In den 70er Jahren gab es eine Werbekampagne in Österreich, sag Ja zu A. Das möchte ich damit wieder aufleben lassen. Schaut, dass eure eigene Infrastruktur bei diesen Tests auf jeden Fall mal ein A bekommt und in den Details unten keine Warnungen mehr hat. Sollte euer Test anders aussehen, dann habt ihr definitiv etwas zu tun. Also je f, desto feuer. Auf jeden Fall und das solltet ihr löschen. Ganz wichtig, verschlüsselte Kommunikation muss der Standard sein. Es muss der Standard werden. Alles, was Klartext läuft über das Internet, ist freiwillig für Überwachung, ist freiwillig für Manipulation. Und ihr könnt mit erstaunlich geringem Aufwand was dagegen tun. Und wenn alle mitmachen, dann schaffen wir das, das besser umzusetzen. Jetzt haben wir vorher gesehen, es ist nicht ganz einfach, diese Sachen technisch zu implementieren. Man kann sehr, sehr leicht sehr viele Fehler machen. Die Tests helfen unglaublich dabei, diese Fehler leicht zu finden. Die Tests machen das sehr anschaulich. Die Frage ist nur, wo kriegt ihr jetzt Infos her? Wie muss ich jetzt diese drei Zeigeln in der Konfiguration von meinem Webserver wirklich genau schreiben, damit ich diesen Fehler im Test wegbringe? Da gibt es zwar immer Erklärungen dazu, aber wer weiß denn auswendig, wie man jetzt einen Nginx oder einen Apache konfiguriert? Und wie das mit den Backports unter Debian funktioniert? Ist nicht so einfach. Da gibt es ein Projekt, ganz ein tolles Projekt aus Österreich. Das heißt bettercrypto.org. Und da wird genau das erklärt. Das ist quasi Krypto-Party für Systemadministration. Da gibt es einen ganz tollen Guide, der heißt zufällig Applied Crypto Harding. Ist so über 90 Seiten inzwischen mit Erklärungen. Warum will ich das haben? Wie mache ich das? Wie schreibe ich diese drei Zeilen in die Konfiguration? Und vor allem auch, warum wird genau diese Empfehlung gemacht? Es wird alles genau erklärt. Also es geht darum, wirklich praktische Einstellungen zu zeigen, die ihr nehmen könnt, wie ihr euch so einen OpenSSL-Cypher-String zusammenbaut. Ihr wollt ja auch, dass ihr nicht nur eine Webseite und einen API-Server habt, der sicher ist, sondern dass die Clients auch noch damit verbinden können. Und Kompatibilität ist da wirklich ein gruseliger Hund. Die Konfigurationen könnt ihr im Wesentlichen kopieren und einsetzen aus dem Ding. Vorbehaltlich, dass PDFs nicht ganz das optimale Format dafür sind. Und da gelegentlich ein paar Sachen, je nachdem, je näher ihr bei Adobe seid, umso schlimmer werden an sich die Ergebnisse beim Kopieren und Einsetzen von Strings. Also kontrolliert dann nochmal, was dann beim Pasten wirklich rauskommt. Die meisten Sachen sind unter OS X, Linux, meistens Debian und so weiter getestet. Ich freue mich über weitere Testberichte aus der Gegend. FreeBSD, da haben wir noch zu wenig. Smart OS, also die ganze Illumos Solaris-Partie. Wäre ganz cool, wenn wir da auch noch mehr Testergebnisse bekommen wollen. Das mit dem Testen steht dort auch nochmal drinnen. Wunderschön erklärt und alles verlinkt mit Referenzen. Wir haben Einstellungen für Web-Server. Apache, Nginx, Lite-TTPT, Microsoft Internet Information Server. Also, wenn ihr noch irgendwas anderes habt zum Web-Server, obskur. Aber wir freuen uns, wenn ihr uns einen Pull-Request schickt, dass ihr da Settings submitet. Für Mail-Server, Postfix, DoveCard, Syros, Exim, grundsätzliche Sachen zu SMTP. Schlüssel. Wie konfigiere ich meine Key-Längen? Welche Längen sind empfehlenswert? Welche Typen sind empfehlenswert? Was sollte ich auf jeden Fall vermeiden? Welche Authentifizierungen sind gut? Welche sind schon gebrochen und damit nicht mehr einzusetzen bei den Verfahren? Welche Verschlüsselungsverfahren soll ich einsetzen? Welche soll ich auf keinen Fall mehr verwenden? So RC4 zum Beispiel. Welche Eigenschaften will ich haben unbedingt? Forward Secrecy möchte ich haben. Wir wissen, dass gute Kryptografie guten Zufall braucht. Wie gehe ich mit der Entropie auf meinem Betriebssystem um? Was mache ich, wenn ich zu wenig davon habe und keine guten Zufallszahlen mehr bekomme? Dann wird nämlich auch meine Kryptografie davon beeinträchtigt. Wir gehen darauf ein, wie ihr euer VPN richtig konfiguriert. So von, ich bin irgendwo unterwegs und verbinde mich mit dem Head Office. Für IPsec, für L2TP und auch für OpenVPN haben wir Empfehlungen da drinnen. SSH. Eines der wichtigsten Tools, glaube ich, im Internet überhaupt für die Systemadministration. Auch da ganz, ganz viele Empfehlungen, was man machen kann, wie man das Ding auch schneller kriegt. PGP und GNU-PG. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für E-Mails. Das ist das, wo ich dann den Mail-Servern auch nicht mehr vertrauen muss, sondern nur mit meinem Mail-Programm. Auch da kann man Dinge falsch einstellen. Die Defaults sind leider bei fast allen von diesen Sachen sehr schlecht. Was wirklich grauslich ist, aber so könnt ihr es relativ leicht fixen. Instant-Messaging, Java, IRC und diese Sachen habe ich eh schon gezeigt. Wir haben auch Empfehlungen für Datenbanken. Gelegentlich redet ja ein Web-Server mit einem Datenbank-Server. Soll vorkommen. MySQL, Postgres, MariaDB und diese Geschichten. Oracle, glaube ich, haben wir auch drinnen, dass auch diese Verbindungen verschlüsselt sind im Data Center. Das Ganze ist ein großes Git-Repo. Das heißt, vom ersten Anlegen eines leeren Textdokumentes bis zum aktuellen Stand. Es ist ein fürchterliches Tech-Konvolut. Und wir wissen auch, dass das nicht der technisch optimale Weg ist, dieses Dokument zu warten. Und nachdem wir die 1.0 quasi fertig released haben, werden wir da auch einen anderen Weg einschlagen, um Partizipation leichter zu ermöglichen. Aber ihr könnt jede Änderung, jeden Schritt komplett nachverfolgen. Es gibt eine Mailing-Liste dazu. Da passiert die ganze Diskussion dazu. Alles, was eingereicht wird an, ich hätte da einen Vorschlag, ich hätte da eine Idee, eine Frage, das sollte man vielleicht so machen, wird dort diskutiert. Alle Settings werden überprüft und getestet. Das heißt, wir wollen damit verhindern, dass uns jemand quasi schlechte Settings unterjubeln kann, die eigentlich dann keine gute Konfiguration ergeben. und ihr könnt das Ganze dort kostenlos nutzen, runterladen, daran teilnehmen, mitmachen. Wir haben viele gute Leute aus dem ganzen, aus dem internationalen Verkehr, von großen Firmen, große Kryptografen, Kryptologen und so weiter dabei. Also das Ganze ist free as in gratis, free as in libre und nachdem es von der Community ist, auch free as in beer. Und eure Kunden, eure eigene Kommunikation, eure Mitarbeiterinnen, sollte euch das wert sein, dass ihr diese Sachen umsetzt. Es ist wirklich erstaunlich wenig Aufwand. Am Anfang sieht es ganz, ganz beängstigend aus. Wenn man ein paar Nächte über diesen Cypher-Strings gebrütet hat, dann kann man sie einfach so lesen. Das ist wirklich nicht schwer. Es ist auch nur ein Akronym, so wie PCMCIA. Wer weiß, was PCMCIA heißt? People cannot memorize computer industries acronyms. Hausübung für euch. Testet alle eure Server. Ihr braucht es dort wirklich nur einmal eingehen. Innerhalb von einer Viertelstunde habt ihr eure Infrastruktur abgeklopft und wisst, wie schlimm es ist. Und dann wisst ihr auch, wie ihr reagieren müsst darauf. Schaut, dass ihr TLS 1.2 auf allem Deployed kriegt. Auf Mail-Servern, auf Web-Servern, auf Chat. Schaut ihr, dass ihr es überall hinbekommt. So leid es mir selber tut, OS X Server im Internet zu betreiben, ist keine gute Idee mehr. Auch mit Yosemite wird das nicht besser. Apple hat da ganz massiv nachzubessern. Schaut, dass ihr überall Konfigurationen habt, die Forward Secrecy unterstützen. Sollte irgendwann mal jemand zu euch kommen und Private Keys von euch erpressen, so wie es zum Beispiel den Betreibern von Lavabit in den USA passiert ist, dann ist das, was die Kommunikation auch in der Vergangenheit schützt. Lavabit war großer E-Mail-Anbieter, die verschlüsselte E-Mails angeboten haben. Die haben das verschlüsselt auf ihren Servern gespeichert und eine nicht näher genannte Drei-Buchstaben-Institution ist dort vorstellig geworden und hat gemeint, so und jetzt her mit den Private Keys. Wir haben euren gesamten Traffic sowieso schon aufgezeichnet. Gebt uns mal die Private Keys, wir wollen das nachträglich entschlüsseln. Lavabit war dann cool. Die haben innerhalb von ein paar Stunden in der Nacht die kompletten Server gelöscht, alle Daten von ihren Kunden einfach mal vernichtet, um die Daten ihrer Kunden zu schützen. Sie haben auch den Private Key hergegeben, weil wenn so ein National Security Letter kommt, kannst du nichts dagegen tun. Dass das dann ein bisschen Arbeit geworden ist für die Behörden, ist auch klar. Die haben einen Ausdruck von einem 4096-Bit-RSA-Schlüssel bekommen. Aber die haben wirklich die Firma abgedreht, um ihre Kunden zu schützen. Das ist ein ehrenwerter und sehr mutiger Schritt. Das werden nicht viele tun. Das muss uns auch klar sein. Aber wenn ihr euch überlegt, wenn ihr Kunde einer Firma seid, ein App verwendet von irgendjemandem anderen, dann wollt ihr auch, dass eure Daten sicher übertragen werden. Und das denken sich alle eure Kunden auch. Deswegen schaut, dass ihr eure Sachen gesichert bekommt. Wenn ihr Fragen habt, jetzt wäre Gelegenheit dazu, und wer ein Smartphone eingesteckt hat, kann das abfotografieren. Da steht alles drauf nochmal. Tippfehler fallen um das Leistungsschutzrecht. Ja, bei Krypto kann man sich ja erstmal nur blamieren, wenn man sich zu Wort meldet. Ich kalkuliere das mal gleich mit ein. Also ich habe für eine iOS-App, keine kryptografische Verschlüsselung, also für den Transport-Layer oder irgendetwas. Aber ich verschlüssele die Datenpakete, die da hin und her gehen. Also das heißt, ich habe alle meine Dateien, die diese App nachlädt, verschlüsselt mit einem Schlüssel. Und die werden dann in der App wieder ausgepackt. Ja. Ist das auch okay? Werde das etwas, was? Weil bei mir ist es genau der Punkt nämlich. Ich habe keine Ahnung davon, wie ich meinen Server sicher kriege. Ich kann mich nicht ständig darum kümmern. Das ist halt auch ein echt administrativer Aufwand, wo man ständig hinterher sein muss. Und ich habe mir gedacht, warum nicht die Dinge, um die es geht, die ich schützen will, direkt verschlüsseln. Okay, jetzt noch mal eine Frage. Wenn du deine Daten beim Transport quasi selbst verschlüsselst und dann über eine unverschlüsselte Verbindung transportierst, dann hast du das Ziel erreicht. Integrität, hoffentlich. Das ist dein bester Fall. Was du nicht hast, Entschuldigung, das. Authentizität. Wenn deine Daten nicht signiert sind und du diese Signatur überprüfst, dann weißt du nicht, von welchem Server du jetzt verschlüsselte Daten nachgeladen hast. Wenn da ein Monster in der Mitte ist, dann kann ich dir auch verschlüsselte Daten liefern. Prinzipiell ist es gut, wenn du deine Daten selbst auch nochmal verschlüsselst. Da müsste man jetzt noch genauer nachschauen, wie tust du das, mit welchen Algorithmen, wie gut sind die konfiguriert. Aber du kriegst das nicht und du willst prinzipiell ja auch nicht preisgeben, dass jetzt wer wann mit deinem Server welche Mengen Daten und so weiter austauscht. Einzelne Sachen. Das heißt, du solltest auf jeden Fall drumherum nochmal ganz schön Transport Layer Security machen. Der Beta-Crypto-Guide hilft dir bei der Konfiguration von diesen Sachen wirklich gut weiter. Wenn nicht, kommst du zu mir, schimpfst mich und sagst, Peppi, das stimmt nicht, das verstehe ich noch nicht, bitte erklärt es das besser und dann werde ich mich darum kümmern, dass wir das hinkriegen. Aber macht Transport Layer Security, wirklich. Das hilft. Einfach dazu. Den Rest weiterverwenden. Bei Apple gibt es ein Problem, wenn man die Applikation zum Store laden möchte. da gibt es die Frage, ob da Verschlüsselung gibt. Und wenn da Verschlüsselung gibt, dann muss man diese sehr schwierigen Prozeduren durchgehen, dass man dieses Erlaubnis bekommt. Und um das nicht zu machen, machen wir einiges unverschlüsselt, solange die Applikation das erlaubt. Wie wird dieses Problem gelöst? Weil das ist eigentlich Unsinn, was der Apple da fragt, aber ich glaube, das ist der amerikanische Gesetz, das das Apple machen lässt. Wie muss man da vorgehen? Okay, ich fasse es zusammen. Wenn ihr ein App submitted, werdet ihr gefragt, ob ihr Verschlüsselung in dieser Applikation verwendet beim App Store. ja, das ist eine US-amerikanische gesetzliche Vorgabe, kommt noch aus Zeiten des Krypto-Embargos aus den 90er Jahren. Der Witz ist, wenn ihr nur die Systembibliotheken verwendet, müsst ihr das auch nicht mal anhaken. Sprich, wenn ihr einfach sagt NSURL-Connection und macht TLS, dann musst du das nicht als ich mache eigene Krypto da anhaken. Erst wenn du eigene Krypto-Bibliotheken importierst, dann ist das wirklich notwendig. Ich kenne auch keinen einzigen Fall, wo ein App, das was ich tls macht, rejected wurde, weil das nicht angehakt war und es trotzdem tls gemacht hat. Also, da sind wir im Prinzip eh gut damit dabei. Wenn ihr andere Bibliotheken einsetzt, auf iOS zum Beispiel noch ein OpenSSL dazu linkt oder eine Sort-Library, dann kann man das natürlich auch versehentlich vergessen haben. Ich habe verschiedene Server gemietet, zum Beispiel bei Hetzner oder Hostgator, weil ich gar keine Lust habe, selber meinen Web-Server zu betreiben. Welche Möglichkeiten habe ich dann bei diesen Anbietern, die Konfiguration so anzupassen? Geht das überhaupt oder muss ich den wirklich selbst betreiben? Ich selber bin jetzt mit den Config-Möglichkeiten beim Hetzner nicht fit genug, um das direkt beantworten zu können, aber ich kenne grundsätzlich die Problematik, dass so günstige Massen-Hosting- Angebote oft nicht erlauben, so viele Details zu konfigurieren. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Such dir einen anderen Hoster, der vielleicht ein paar Cent mehr kostet, aber dir mehr Möglichkeiten bietet, das zu konfigurieren. Auf der anderen Seite, du bist Kunde und du zahlst diese Firma dafür und wenn du denen sagst, liebe Leute, ich habe hier einen SSL-Test von eurem Setup gemacht und der kriegt ein C oder ein F, ich zahle dafür, dass das ordentlich gemacht wird, bitte fix das und ich lege Wert darauf, dass das gemacht wird. Also du kannst sowohl mit deinem Geld entscheiden, wem du es gibst und ja, das ist ein Prozess, der sehr lange braucht, aber du kannst auch einfach dort den Support so lange freundlich darauf hinweisen, bis es auch Management dort mitbekommen hat, dass sie da jetzt was tun müssen. Wenn du es selber betreiben kannst, ist es natürlich ganz super. Kurze Anmerkung, weil wir selber unsere Server auch bei Hetzner haben, ich nehme an, du spielst dann auf diese sogenannten Managed Server, exakt, das heißt, man hat nicht selber ein Root-Passwort in dem Sinne, sondern bekommt ein Unix vorkonfiguriert mit dem Apache, die spielt dann zum Beispiel seine PHP-Programme, also PHP-Programme auf, da ist tatsächlich, sollte man dann den Test machen und sich wirklich an Hetzner selber wenden, wenn man da technische Argumente hat, unsere Erfahrung ist, dass die sehr antwortbereit sind und wenn man sagt, da ist ein Problem, die reagieren, definitiv. Ich habe die Frage, wenn ich jetzt meinen Server, also meinen Application-Backend auf einem dieser schönen EC irgendwas oder sonstigen Cloud-Server betreibe, wie sieht es da mit der Entropie aus? Weil wenn ich da jetzt eine schöne Verschlüsselung mache und auf einmal habe ich ein Deadlock in der Application, weil Random leer ist. Wie sind da die Erfahrungen? Ja, wenn du EC2 verwendest, gilt einmal das Erste, du darfst deine Keys niemals auf dieser Virtual Machine generieren, weil, wenn du dir überlegst, so im Lebenszyklus einer Virtual Machine auf EC2, die erblickt das Licht der Welt, stellt fest, huch, hier ist ein Internet, ich werde zum ersten Mal gebootet, ich habe noch nichts erlebt und damit auch noch keine Entropie sammeln können, aber ich mache jetzt mal SSH-Keys. Das ist schon mal das erste große Problem. Entropie auf diesen Maschinen ist üblicherweise sehr schlecht. Bei manchen hast du das Problem, dass sie die Entropie von ihrem Hypervisor erben, das heißt, alle Virtual Machines auf dem Hypervisor haben dieselbe Entropie, da besteht natürlich dann die Gefahr, dass sie auch dieselben Schlüssel generieren oder sehr, sehr ähnliche und nahverwandte Schlüssel. Deswegen bei solchen Sachen Keys immer auf dem eigenen Rechner generieren und dann raufkopieren. Bei Forward Secrecy brauchst du dort auch Entropie, um temporäre Keys erstellen zu können. Dafür reicht es üblicherweise. Ansonsten kannst du dir mit Half-G noch in Software etwas behelfen, der dann noch etwas mehr Entropie erzeugt. Wie gut das ist, tue ich mir jetzt gerade schwer, eine globale Aussage zu treffen, aber Zufallszahlen ist generell etwas, was man im Augenhöhe behalten muss, wenn man sehr viel Traffic hat. Es gibt auch kleine Hardware-Random-Number-Generator, die man einfach per USB anschließen kann, die dann einfach mal zusätzlich Entropie erzeugen und die kosten auch nicht viel, also die kann man zur Not auch selber bauen. Das hilft dann schon mal. Dann hätte ich schon mal wieder eine Anfrage als Kunde. Ich hätte mal als Frage, weil man es viel hört, einfach mal, was du sagst zu den Leuten, die meinen, ja, was ich übertrage, ist doch nur, wer weiß was, der Software-Update-Check von meinem Programm. Da kommt ja nur eine Versionsnummer runter. Warum soll ich jetzt die Anfrage verschlüsseln oder warum soll ich meine Webseite verschlüsseln? Da sind nur Artikel drauf, die sind eh öffentlich. Also du hast vorhin halt gesagt, ja, man will ja nicht, dass das mitgehört wird, aber eben ja, warum nicht? Also wenn du jetzt von der Applikation ausgehst und sagst, dein Versionsnummern-Check, schickt die eigene Versionsnummer hin zum Server und der Server antwortet mit, oder gibt es ein Update. Wenn ich jetzt das abhören kann, dann weiß ich, welche Version du hast und ich weiß vielleicht, warum du dieses Update gemacht hast, weil da eine Sicherheitslöcke in der Software war zum Beispiel und kann jetzt verhindern, dass du dieses Software-Update bekommst und ich weiß, du hast eine verwundbare Software auf deinem Rechner und kann jetzt anfangen, dieses Gerät zu exploiten. Wir haben gesehen, im Internet alles, was exploitbar ist, wird angegriffen. Das geht innerhalb von kürzester Zeit, wenn sowas gefunden wird. Ähnliches Beispiel ist Crash Reports. Wenn du deine Crash Reports jetzt über irgendeine von diesen praktischen Bibliotheken wegschickst oder einfach noch irgendwelche eigenen Sachen zu deinem eigenen Server, im Crash Report steht wirklich heikle Information drinnen, warum deine Applikation gecrasht ist. Wenn deine Applikation crasht, kann ich damit vielleicht auch Code injizieren, der dann von deiner Applikation ausgeführt wird, wenn irgendwo die Input-Validation nicht stimmt. Das heißt, das sind extrem heikle Informationen über deine Applikation, die willst du schützen. Und da geht es auch nicht zwangsläufig darum, dass du als Einzelperson jetzt ein Ziel für irgendeine Behörde bist, sondern das betrifft unter Umständen auch kleine Firmen, die einem großen Konzern zuliefern. Kleine Firmen können sich oft oder kümmern sich meistens nicht so gut um ihre Security, dass sie ein gutes Einfallstor bieten, um in einen großen Konzern hineinzukommen. Das heißt, gerade als kleine Firma, die spezialisiert ist auf irgendwas, wenn man sich anschaut, die meisten Firmen, die iOS im deutschsprachigen Raum machen, die sind nicht wirklich groß, aber ihr beliefert große Konzerne damit. Und ihr habt ein Vertrauensverhältnis mit diesen Kunden. Und da wollt ihr natürlich schon irgendwie wahrscheinlich vermeiden, dass ihr das Einfallstor werdet, über das der Konzern angegriffen werden kann. Und ansonsten, ich schätze meine eigene Privatsphäre sehr und es geht einfach niemandem was an, was ich mir im Internet an Artikeln durchlese. Und das kann für bestimmte Berufsgruppen, Journalistinnen zum Beispiel, kann das schon sehr, sehr gefährlich sein, wenn jemand, der neugierig ist, weiß, worüber die recherchieren. Weil dann ist da wahrscheinlich auch irgendwann eine Story dahinter. Du hast den OS-10-Server erwähnt von Apple. Was ist da genau das Problem? Und kann man vielleicht einen Teil der Dienste sicher betreiben? Ja, also ich setze selber OS-10-Server ein seit vielen Jahren. Ich habe viele Radars offen bei Apple. Momentan schaut es so aus, dass kein einziger Service von OS-10-Server was Besseres als TLS 1.0 unterstützt. Daran wird sich auch in Yosemite nichts ändern. Das ist eher gruselig. Es ist alles gegen OpenSSL 0.9.8 gelingt. Seit 10.9.5. Jetzt sind wir Nummer eine Release von OpenSSL hinten und nicht mehr 12 oder so. Also Apple nimmt das ernst. Wenn ich aber heutzutage kein TLS 1.2 mehr machen kann, bin ich gezwungen, den Service auszutauschen. Sprich, den Apache, den Apple mitliefert, kann ich nicht einsetzen. Das Python, das Ruby, die Shell ist von 2007. Dann kannst du das machen, was viele tun. Also ich zum Beispiel, ich kompiliere halt ein eigenes OpenSSL, ich kompiliere meinen eigenen Nginx und hoste meine Webseiten damit. Damit verliere ich aber natürlich den Komfort, den OS-10-Server bietet. Abgesehen davon, dass die Web-Services dort sowieso absolut nicht konfigurierbar sind mehr inzwischen und die Plattform dafür völlig unbrauchbar geworden ist. Aber wenn du jetzt sagst, der Wiki-Service ist cool oder der Kalender-Server ist cool, das finde ich praktisch für eine kleine Firma. Das ist eine total gute Lösung. Aber du kriegst das Ding nicht mehr sicher. Und deswegen, so leid es mir tut, OS-10-Server einzusetzen, geht nur mehr dann, wenn du anfängst, einen TLS 1.2-fähigen Proxy davor zu schalten und einen eigenen Firewall. Also sprich, du kannst sagen, ich verwende den Wiki-Server, aber ich mache eine Reverse-Proxy mit einem Nginx davor, weil dort kann ich gescheite Krypto machen. Weil das geht mit dem Apache-Eigenen nicht. Abgesehen davon, dass du die Krypto dort nicht konfigurieren kannst, weil er dir die Konfigurations-Files on the fly generiert und permanent überschreibt. Wenn du den iChat-Service, den Java-Service von OS-10-Server verwendest und den Test machst, nicht fürchten, abtrennen. Du kannst dann hergehen und kannst dir das eJubba-D-Package runterladen, das offensichtlich vom Hersteller nie getestet wurde, weil es sich nicht mal fertig installieren lässt. Du kannst anfangen, dir Prosody zu installieren, wenn du anfängst, dir die Programmiersprache und die Dependencies der Programmiersprache, in der Prosody geschrieben ist, nämlich Lua, selber zu kompilieren, weil alle Packages, die es gibt, sind so heillos kaputt, dass das Ding nicht mehr startet. Und wenn ich auf dem Komfort-Level bin, dann kann ich gleich sagen, danke, FreeBSD, Port, Install unter Ruhe ist. Ich sage das nicht gerne, ich mag OS-10-Server wirklich gerne und ich verwende es viel, aber der Aufwand, um da manche Services betreiben zu können damit, ist inzwischen einfach unerträglich geworden. Ich kann dir gerne nachher noch ein paar Details erzählen, wenn du das wirklich möchtest. Okay, ich frage nochmal, wie ist das jetzt mit Habangst? Ja. Wenn ich jetzt HTTPS einsetze, wie viel wird da nicht verschlüsselt übertragen? Du sagtest vorhin, es wird zum Beispiel der Server-Name ja schon vorher angefragt, was für Informationen kriegt man noch raus, ohne die Verschlüsselung knacken zu müssen, weil sie eh im Klartext übertragen wird. Also das Handshake wird natürlich im Klartext begonnen, das 3-Way-TCP-Handshake und dann das TLS-Handshake danach. Die Server-Name-Indication ist an sich, dass ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, ich glaube schon mit dem Premaster-Secret verschlüsselt, ich müsste nachsehen. aber prinzipiell hast du natürlich die üblichen Metadaten wie von welcher IP zu welcher IP wird verbunden, Timestamps und diese Geschichten und oft ist es halt immer noch so, dass auf einer Legacy-IP-Nummer immer noch nur ein TLS-Server läuft und dann weiß ich auch, wer es ist. Aber sonst ist da nicht mehr viel drinnen, wenn du gute Verschlüsselung hast. Also mit TLS 1.2 wir erinnern uns in Schaudern an GoToFail, GoToFail, da hätte dir auch kein Certificate-Pinning geholfen. Also das Originelle ist, wenn dein Server nur TLS 1.2 spricht und kein älteres Protokoll unterstützt, hättest du da eine Monster-in-the-Middle-Attack trotzdem feststellen können, wenn dir da jemand was unterjubeln will. TLS 1.2 war darauf nicht anfällig. Ein Grund mehr für das nächste GoToFail von Apple, Forward Secrecy und TLS 1.2 zu nehmen. Dann, wenn keine Fragen mehr sind, ich bin sicher, es kommen noch ein paar. Sag ich danke fürs Zuhören. Mahlzeit. Applaus und TLS 1.2 wo es untertitelt, nicht anfällig ist. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja,